Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem kleinen Neumond im Puls, zum Neumond im Schützen. Ja, schön wenn ihr wieder dabei seid, toll wenn ihr das erste mal dabei seid. Ich habe uns heute mit Hilfe der großartigen Map-Karten von Colette Burren-Reed, den Crowley-Tarot-Karten und mit dem Mystic-Lenemond einen kleinen Impuls gelegt. Ihr könnt auswählen hier, zwischen einmal dem Aquamarine, das ist es glaube ich, und dem Amethysten hier rechts. Und ja, es soll ein kleiner Impuls für zwischendurch sein. Der Neumond bietet sich ja auch immer an, um Altes loszulassen. Ihr wisst, solange er abnehmend ist, kann man da ein schönes Ritual machen, zum Beispiel mit einer Kerze oder einem Bad. Und sich vorstellen, dass man Dinge, Gedanken, Verhaltensweisen etc., was man eben loswerden möchte oder nicht mehr tun möchte, und negative Energien quasi abwaschen lassen oder verbrennen durch das Licht einer Kerze. Und wenn ihr sowas vorhabt, dann wäre der heutige Abend, heute ist Sonntag, ideal dafür. Ansonsten, wenn ihr dieses Video erst Montag schaut oder Dienstag, dann hättet ihr immer noch die Chance, wiederum einen Bundesschluss zu werden, der mit der Vermehrung in Verbindung steht. Also wenn ihr etwa mehr Erfolg möchtet oder mehr Liebe oder einfach mehr positive Energie in eurem Leben, dann wären Montag oder Dienstag dafür ideale Tage. Denn da ist die Manifestationskraft stark erhöht. Dadurch, dass der Steinbock den Mond bestrahlt, kann man an diesen Tagen besonders gut manifestieren. So, gut, ich hoffe, ihr konntet euch mittlerweile entscheiden für eine Seite. Und ich beginne einfach mal mit der linken. Ich kenne die Karten auch noch nicht. Ich bin schon sehr gespannt. Ich schaue mal als erstes unter die Taubungkarte. Was haben wir denn da? Der Ritter der Schwerter. Okay, auf dieser Seite ist, also wer sich hier auf dieser Seite entschieden hat, ist entweder selbst männlich, eben ein Ritter der Schwerter, oder vielleicht auch eine Frau, die diese Eigenschaften des Ritters verkörpert. Oder aber es geht hier um eine momentane Situation. Und die Schwerter stehen immer auch so ein bisschen für Kühle und für Kommunikation. Und auch für Unabhängigkeit. Also entweder geht es hier um jemanden, der seine Unabhängigkeit selbst zu schätzen weiß. Oder es geht um eine Situation, in der es gilt, unabhängig zu werden oder unabhängig zu handeln oder zu denken. Darüber hinaus ist der Ritter der Schwerter halt auch der, ne, quasi der König der Schwerter, also eine reifere Energie. Also kann es hier entweder um einen Menschen handeln, der auch schon in den reiferen Jahren ist, oder jemanden, der sich vielleicht so benimmt, als wäre er schon reif an Erfahrung. Ja, sehr schön. Eine klärende Energie auch. Und ich schaue jetzt nochmal. Was ich vergessen habe. Ja, wenn hier eine Person bezeichnet ist, dann hätte man hier noch einige Stichwörter Intelligenz zum Beispiel. Ja, also hier ist jemand klug, auch fähig objektiv zu sein, aber manchmal dadurch leider auch ein bisschen kopflastig. Aber auch Wortgewand und es kann sich hier auch um einen Ratgeber oder eine Ratgeberin handeln mit diesen Eigenschaften. So, wir nehmen mal die beiden Tarotkarten dazu. Ah, okay, okay, interessant. Hier die Schlange, da kam jetzt sofort irgendwie die Heilerin rein, in Bezug auch auf Ratgeber. Und so, vielleicht hast du es hier mit einer Frau zu tun, die dir als Ratgeberin zur Seite steht. Als objektive und wortgewandte und sehr, ja schon eher rationale Ratgeberin. Und hier haben wir den Baum, der steht für, ne, manchmal für, ja im weitesten Sinne für Gesundheit, auch dass etwas lange wächst. Auch so ein bisschen für mich immer für Stabilität. Ja, ich würde hier schon sagen, dass es hier vielleicht tatsächlich um eine Situation geht, wo vielleicht ein Ratgeber oder eine Ratgeberin eine Rolle spielt oder eben ein Mensch, den du so empfindest. Also es muss ja jetzt nicht tatsächlich ein Berater sein, es kann ja auch ein Freund sein oder jemanden, den du halt um Rat gebeten hast oder der dir einen Rat gegeben hat. Ja, wie gesagt, durch die Schlange hier wahrscheinlich eher eine Frau. Vielleicht geht es auch um eine Frau in diesem Rat. Das kann auch sein. Ja, wir schauen mal in die Mapkarte, ob wir hier noch einen weiteren Hinweis bekommen. Da bin ich jetzt selbst sehr gespannt. Die kenne ich auch noch nicht so gut. Ja, okay, wir haben eine Karte auf dem Kopf. Unverhopfte Gäste. Aha, aha, aha. Okay, dir steht also wahrscheinlich unerwarteter Besuch ins Haus. Die Karte lag jetzt auf dem Kopf. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich werde euch den Text jetzt aus dem kleinen Büchlein vorlesen. Ich kenne die Karten auch noch nicht so gut, hier bin ich ganz neu. Und dann werden wir mal schauen. Ja, vielleicht treffen sie mit Verspätung ein, da die Karte auf dem Kopf liegt. Wir schauen mal. Unverhopfte Gäste, Nummer 41. Wenn du das Unerwartete erwartest, bist du für Wunder bereit. Das klingt doch schon mal gut. So, umgekehrt. Widrigkeiten, auf die du unerwartet triffst, sind nur dann Widrigkeiten, wenn du dich dem, was ist, widersetzt. Manchmal bleibt dir das am meisten Erwünschte nur deshalb versagt, weil es nicht zu deinem oder anderer Menschen höchstem Wohl ist. Entschuldigung. Manchmal erleiden wir Enttäuschungen und Verluste aufgrund einer tieferen Bestimmung, deren inneren Zusammenhang wir jetzt noch nicht verstehen können. Du kannst unfreiwillig einem Wechsel der Geschicke ausgesetzt sein, wie ein Boot, das in eine Schlechtwetterfront gerät. Passe dich den veränderten Bedingungen an und denke daran, wie herrlich der Himmel nach dem Sturm sein wird. Akzeptiere, was ist, und ein aussichtsreicher Weg wird sich dir bald eröffnen. Bedenke, dass dich nichts aus der Bahn werfen kann, wenn du auf das Unerwartete gefasst bist. Okay. Ja, es scheint ja dann wohl Widrigkeiten zu gehen, denen du vielleicht ausgesetzt warst oder bist. Und die Botschaft lautet, bleibe hier optimistisch. Und rechne vielleicht auch mit Widrigkeiten. Es ist ja jetzt auch gerade vor Weihnachten oder so, kann ja auch schnell mal was schief gehen in der Planung und etc. Ich weiß ja nicht, in welcher Situation du bist. Und lass dich daraus nicht aus der Bahn werfen, erwarte einfach, dass irgendwas schief geht, dann trifft es dich nicht so hart. Und es kann ja auch durchaus, es kommt ja so ein bisschen auf die Einstellung an, es muss ja auch nicht immer alles perfekt sein. Kann es auch nicht. Und naja, wenn man damit gar nicht erst rechnet, sondern gleich einplant, dass man vielleicht irgendwas vergisst oder irgendwas schief geht oder anbrennt oder man Geschenke nicht bekommt oder sonstiges, dann ist das halt so. Ich akzeptiere das. Wir sollten das alle einfach akzeptieren. Dass es darum ja eigentlich auch gar nicht geht. Schon gar nicht zu Weihnachten. Ja, ansonsten kann ich hier noch sagen, die Stange kann ja auch für Verwicklungen stehen. Vielleicht ist hier auch schon seit ein paar Wochen oder so, gibt es hier Probleme in Kommunikation etc. Das kann sein. Ja, aber wie gesagt, bleib da mal offen. Falls es irgendwie tatsächlich um jetzt gerade, wenn wir uns auf Weihnachten beziehen, Stress jetzt in Beziehung gab oder in der Familie oder so, dann bleibe ruhig, bleibe bei dir. Hier auch der Baum ist für mich auch immer das Selbst irgendwie. Also bleibe bei dir in deiner Ruhe, wenn es geht. Nimm dir auch Auszeiten, wenn du kannst. Ich weiß, viele können das auch nicht. Aber das wäre schon wichtig, dass du auch ein bisschen Zeit für dich hast. Auch während den Feiertagen mal eine Auszeit nehmen kannst von allem. Und ja, ich denke, dann kann das hier zu einer guten Lösung kommen. So, bleib bei dir, erwarte das Unerwartete. Lautet dir der Ratschlag für die nächsten Tage. So, dann kommen wir mal zum zweiten Stapel. Und da haben wir hier noch die Enttäuschung. Ja, das tut mir leid. Hier scheint auch, wie es da steht, jemand enttäuscht worden zu sein. Du vielleicht, wenn du für dich diesen Stapel gewählt hast. Und ja, scheinbar bist du da einer Illusion aufgesessen. Hast dich da vielleicht in irgendwas verrannt oder was erwartet. Und da ist es leider nicht so eingetroffen, wie du dir das gewünscht hast. Und der Schütze Neumund ermutigt dich hier besonders, diese schmerzhafte Erfahrung zu integrieren. Dir das wirklich anzuschauen. Dir den Schmerz auch anzuschauen und dem zu fühlen und dir zu erlauben, dem zu fühlen darüber, dass du enttäuscht bist. Und danach wird es dir besser gehen. Und im besten Fall wirst du sehen, dass es gar nicht schlimm ist, enttäuscht zu werden. Weil jetzt kennst du die Wahrheit und kannst dich dementsprechend anders verhalten. Und es wird sich für dich auch besser anfühlen. Ich weiß, das ist jetzt immer, wenn man aktuell gerade sehr enttäuscht ist, natürlich wenig tröstlich. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich das wirklich anschaut und diesen Schmerz über die Enttäuschung halt auch nicht einfach wegschiebt. Das ist halt auch nicht die Lösung. Ich schau mal in die Lenormungkarten. So, da haben wir hier den Turm und das Kind. Okay, also hier, es könnte sein, dass du dich momentan einsam fühlst vielleicht. Oder dass du vielleicht gerade getrennt bist von jemandem, den du sehr magst. Oder dich insgesamt irgendwie ein bisschen isoliert fühlst von anderen. Und ja, das ist ganz bezeichnend hier. Schaut jemand aus dem Turm raus hier quasi auf das Kind, das hier fröhlich auf der Schaukel sitzt und Spaß hat. Und diese Person hier hat gar nicht den Zugang dazu. Weiß gar nicht so genau, wie sie denn hier hinkommen kann. Möchte vielleicht sogar mitspielen. Naja, und das Kind steht ja auch im übertragenen Sinne für etwas, das neu anfängt, das wächst. Also hier möchte jemand schon eigentlich ins Wachstum kommen, ist aber im Moment noch gefangen vielleicht hier in dieser Enttäuschung über etwas. So, und wie du es schaffst, dir runterzukommen und quasi in dein Wachstum oder vielleicht auch in einen Neuanfang, das Kind steht ja auch immer für etwas Kleines, das neu anfängt. Vielleicht auch, wie du in Kontakt mit deinem inneren Kind kommen kannst oder auch mit deinen eigenen Kindern. Wenn es da einen Moment, vielleicht gab es da eine Enttäuschung. Dann hoffe ich jetzt mal, dass die Map-Karte uns da aufschluss geht, wie du das am besten anpacken kannst, um dann eine Lösung zu bekommen, auch auf dem Kopf. Der Geist des Ortes. Nummer vier. Spannend, die kenne ich noch gar nicht. Ich bin... Das ist eine sehr schöne Karte, ich schaue mal, was sie bedeutet. Nummer vier. Wie gesagt, die Karten sind ganz, ganz neu und ich... Da muss ich das Buch zurate ziehen. In der Echtheit liegt die wahre Kraft. Ja, das passt ja ganz schön zur Enttäuschung. Verstricke dich nicht in Einzelheiten und Wünsche, die die Wahrheit deiner Situation verschleiern. Halte inne und frage dich ehrlich, was ist die wahre Natur meiner Frage? Vertraue auf deine Intuition, flüstert der Geist des Ortes dir ins Ohr. Du besitzt die Kraft, die Wahrheit zu sagen, zunächst dir selbst und dann der Welt. Du weißt stets zu unterscheiden zwischen echten und künstlichen Wesenheiten. Sei aufrichtig zu dir selbst und halte fest an deiner Bereitschaft, deine Situation so zu sehen, wie sie in Wirklichkeit ist. Nicht als das, was du dir von ihr erhoffst. Ja, das passt ja sehr gut. Aus einem Apfel wird keine Orange, aus einem Vogel kein Hund. Versuchst du Menschen oder Situationen zu ändern, damit sie in dein Konzept passen? Erst wenn du die Dinge so siehst, wie sie wirklich sind, wirst du den wahren Schatz finden. Okay, dann ist das hier auf jeden Fall eine Ermutigung, wirklich ehrlich zu dir zu sein. Das ist der Schlüssel. Dann kannst du hier auch wieder so ein bisschen in deine Leichtigkeit kommen und auch nochmal neu anfangen. Aber vorher musst du halt einmal wirklich, wirklich ehrlich zu dir sein. Ja, es ist kein, wie soll ich sagen, schon ein problematisches Orakel, wie ich finde. Aber ich, was soll ich machen? Die Karten sind so gefallen. Und naja, jetzt ist hier zumindest vielleicht für dich ein bisschen klarer, links und rechts, oder bei beiden Positionen hoffentlich, was zu tun ist. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und vergiss dabei nicht, sei nicht gemein oder hart zu dir selbst, sei nur ehrlich, das reicht. Nur ehrlich sein. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen grusamen Neumondabend und eine möglichst entspannte Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall am 21. wieder zum Raben-Orakel. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ich denke an euch, alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.